Was mir aufgefallen ist, ihr seid auch echt komisch, ne? Also ihr seid wirklich witzig. Hinter mir wurde gelacht auf jeden Fall. Ich habe mich köstlich amüsiert. Wir sind eigentlich grundernst. Wenn das so rüberkommt, dann soll es so sein. Wir Österreicher haben ja keinen Zugang zum Meer. Und deswegen ist es immer etwas ganz Besonderes, auch am Meer zu sein und diese Stimmung hier zu spüren und aufzunehmen. Ich finde es einfach sehr entspannend auch hier. Es ist einfach unglaublich, wenn man zuerst durch Mecklenburg-Vorpommern reist und dann kommt man Strahlsund, glaube ich. Und dann fährt man über diese beeindruckende Brücke und plötzlich tut sich da Rügen auf. Und es ist wirklich wie eine andere Welt. Es ist wunderschön hier, diese ganzen Alleen. Und es ist wirklich ein ganz besonderer Platz hier. Und ich glaube, dass auch deswegen die Festspiele diesen Festspielfrühling hier auf Rügen veranstalten, weil ich glaube, Rügen ist tatsächlich eine Insel, auf der man Kraft schöpfen kann und auch Kraft schöpfen kann, um gemeinsam Musik zu machen mit anderen wunderbaren Musikern. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit denen allen zusammenarbeiten dürfen. Applaus 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 Applaus